Musik Musik Ihr seid die Pflegestelle von Seven, ne? Genau. Wie lange ist der jetzt schon bei euch? Seit einem Jahr und zwei Monaten. Und könnt ihr ein bisschen darüber erzählen, dass es so besonders an ihm? Ja, ich fange mal vorne an. Seven ist in einer Einkaufspassage gefunden worden, ohne Fell oder mit ganz wenig Fell. Er hat abgemagert und ist dann anschließend in die Lieder gekommen für ein halbes Jahr und kam dann mit einem Jahr als unkastrierter Raudi im Jugendalter, im Teenie-Alter zu uns und hatte ganz viele Flausen im Kopf. Also der hatte anfangs natürlich gerne mal an Schuhen gekaut und Gewürzchen gemacht. Mittlerweile ist er zwei Jahre alt, ist kastriert und bedeutend ruhiger geworden. Ist ein ganz lieber Kerl in der Wohnung, merkt man ihn überhaupt. Ja, als Spazierer ist er auch leinführig, geht nicht an der Leine, geht auch an der lockeren Leine. Man muss halt nur gucken, wer einen begegnet. Wenn jetzt Hunde kommen, die ihn anknurren oder fixieren, das kann er nicht so hart. Dann muss man ihn abbrennen oder ablenken, das ist aber dann auch kein Problem. Ansonsten kennt er Hundeplätze, er macht Mantrailen, läuft am Fahrrad wie nur eins, bleibt alleine zu Hause, macht nichts kaputt, passt auch schön auf das Gelände aus, ist aber kein Dauerbilder. Also ich würde sagen, er kann zu anderen rum, kann aber auch sehr gut als alleiniger Hund gehalten werden. Ist ein absoluter Kampfschmuser, also man muss sich darauf wirklich einlassen, dass er viel schmusen möchte. Ich habe schon sehr intensiv getestet, noch während der Ferienzeit und mit Pferden kommt er auch. Ja genau, mit Pferden. Ich habe regelmäßig Pferdekontakt. Ach schön, also wenn ihr Interesse für den Seven habt, dann meldet euch gerne bei den Streunerherzen. Einfach mit Pferden. Vielen Dank.